In der heutigen Folge Mitzelruhl's TV Ja Martin, da trink doch mal ein. Bist du das jetzt etwa? Ja, natürlich. Bis live bei YouTube. Was soll das denn heißen? Hier steht noch drauf. Super bleifrei. Hat lang gedauert, bis die Wirkung gab. Und ekelhaft? Ja. Es ist mir leid, hier sowas diabolisch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020